So, ich hoffe sie sind fit. Herr King. Wo ist er? Da ist er. Herr King, los geht's. Reit. Klar. Ja. Ach ja genau. Guck, ich hab gedacht, es ist schon wieder jemand, der nicht arbeiten will. Reit. Zurück zum Hauptquartier. Kannst schon wieder zurück. Reit. Zurück zum Hauptquartier. Kannst schon wieder zurück. Die Ermittlung wurde erfolgreich abgeschlossen. Reit. Unterwegs zum Revier. Gut. Ich hab ermittelt. Das heißt die müssen da her. Das heißt Team 1 und 2 schnappen sich nicht den großen Stab. Schleifenwagen Ja? Unterwegs zum Tatort So, genau so soll es sein Hände hoch! Bereit! Geisel gerettet! Zielen unterrichtige versuchen zu entkommen Zielen neutralisiert Setze Patrouille fort Dann werde ich zwar schon mal einen Techniker-Trupp zusammensetzen Der Fall ist abgeschlossen Team 3 Zu Diensten Messerstecherei gemeldet Im Stadtzentrum Bereit! Und ihr seid Team 4 Und die restlichen Einheiten sind quasi nur Dekoration Zu Diensten! Auf dem Weg zum Tatort Ihr macht das mal Polizei! Hände hoch! Wie kann ich helfen? Einmal Patrouille In Bereitschaft! Der Fall ist abgeschlossen! Dann macht ihr ebenfalls Patrouille Nochmal kurz die Topografie anschauen Ja, so wird es doch richtig gut Wieder mal wenig leveln Weil es gerade läuft Zu Diensten! Das kann man so lassen Glückwunsch zur Beförderung Glückwunsch zur Beförderung Das ist wohl hier zum Entdämmen Du bist glaube ich so ein Rounder Die Martin Eine verdichtige Person wurde gemeldet Im Stadtzentrum Wie kann ich helfen? Unterwegs zum Tatort Hey, wir haben schon wieder Gut gehalten Ah ja, genau Von der Mission Polizei! Hände hoch! Wie kann ich helfen? Fertig Fall gelöst! Wieso ver... Ah ja genau Du fährst die große Runde Hat dich vergessen! Die fertig große Runde Und mir fällt jetzt gerade erst auf Dass die Aufnahme schon sehr long läuft Tut mir so leid Dass ich mich vorher nicht verabschiedet habe Ich muss das dazwischen kurz etwas kürzen Bereit! Unterwegs zum Revier! Aber gut, man merkt Es läuft Wie hat man jetzt nochmal ein Lidrier dran können? Nein, so nicht Nein Jaaaa So wollte es So gleich viel sympathischer Und man kann mehr ranzoomern Was macht die Story? Mission 4 Die Bar Die Verdächtigen aus dem Popcorn Und 7,62 Karatfällen Wurden in den nahegelegenen Bar ausfindig gemacht Dies ist unsere Chance Und wir kriegen ein Parkplatz Stufe 2 Bei Keine Ahnung Diesmal mit Asphalt Messerstecherei gemeldet Das ist die Story Mission Puh Lächerlich Nur nicht zürgerlich sein Lassen Sie sie wissen Dass wir Deren Angriffe auf unsere Stadt Nicht dulden werden Herr Croft Unterwegs zum Tatort Bereit Nehme das Fahrzeug Bereit Nehme das Fahrzeug Entschuldigung Benötige dringend Verstärkung Zu Diensten Auf dem Weg zum Tatort Ja Ja Der Streifenwagen ist schon da Verdächtige Person wurde gemeldet Im Stadtzentrum Befort Verdächtige versuchen zu entkommen Puh Ja Hab dich Setze Patrouille fort Verdächtiger in Handschellen Fall gelöst Juhu Parkplatz Stufe 2 Jetzt nur noch keine Frage Zeit Bis die anderen beiden Kriminellen fassen Setze Patrouille fort Wie kann ich helfen Unterwegs zum Tatort So weil ihr gerade da seid Kümmert euch da drum Und wenn Das da auch fertig ist Dann kümmert wir uns um die nächste Um die nächste Mission Wie schaut die Topographie aus? Ist prinzipiell ok Ja Also Parkst du? Der Fall ist abgeschlossen Ist da wieder Stau? Was ist mit dir? Achso Wie kann ich helfen? Zurück zum Hauptquartier Leichter Grafikfehler Jedes Haus hat seine Geheimnisse Es ist nur eine Frage der Zeit Der Schlangen-Dattoo-Typ hat uns den Namen und die Adresse seines Bosses gegeben Das ist eine einmalige Gelegenheit Den Kopf der Verbrecherbanden im Bezirk Doni Verone festzunehmen Welcher Bezirk heißt Doni Verone? Äh... Na Bezirk verfügbar, Randbezirk Möglicher Verbrecherunterschlupf gemeldet Hu, 18 Da brauchen wir aber echt Rolle Ähm... Geduld zahlt sich manchmal aus Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt Müssen wir sie am Schopf backen Und zwar mit Nachdruck Und der vollen Härte des Gesetzes Ja Scharfschützen Raketenwerfer Holt die Nationalgarde Entschuldigung Wie kann ich helfen? Auf dem Weg zum Tatort Also... Ihr fährt doch schonmal hin Du machst weiter deine Runden Benötige dringend Verstärkung Wie kann ich helfen? Unterwegs zum Tatort Das müsste jetzt eigentlich reichen, oder? Polizei, Hände hoch! Ja, mit 40 Verdächtige sind auf der Flucht Gar kein Problem Verdächtiger in der Fall ist abgeschlossen Wir haben Doni Verrond festgenommen Und genug Beweise sichergestellt Um eine Verurteilung zu erreichen Und wir sollen Herr Croft ausrichten Dass das nur der Anfang sei Und dass die Stadt bluten werde Du so erst Ähm... Messerstecherei gemeldet Im Stadtzentrum Croft Die Verhaftung von Toni Verone War gute Arbeit Ich bin beeindruckt wie... Mit welcher... Konzentration sie arbeiten Der Bürgermeister hat mich informiert Dass ihr Verantwortungsbereich erweitert wird Ab sofort ist auch der Randbezirk Teil ihres Zuständigkeitsbereichs Willkommen im Randbezirk Lassen sie sich nicht von den schönen Parks Und anständigen Häusern täuschen In diesem Bezirk haben wir ein Problem Und dieses Problem sind einige Leute in diesen Häusern Banden und Gangster haben hier ihre Standorte Weil dieser Bezirk weiter vom Polizeipräsidium entfernt ist Das ist kein Bereich in dem man wohnen würde Besonders seitdem André Orlov angefangen hat Einige Banden zu vereinen und ihre Macht Offen auf den Straßen zu demonstrieren Und sie müssen das ändern Der blaue Kristall, wie Orlov genannt wird Ist eng mit dem Drogenhandel in dieser Stadt verbunden Und die offene Machtdemonstration weist darauf hin Dass es ihm egal ist, ob wir es wissen Das nächste Mal, wenn er gemeinsam mit seinen Gangstern auf die Straße geht Getarnt als eine außer Kontrolle geratene politische Demonstration Sollten sie vorbereitet sein, um ihn aufzuhalten Scharfschützen, Panzer, Raketenwerfer Ich sag doch Scharfschützen, Panzer, Raketenwerfer Nur mal so ganz kurz im Rund Dafür dass der quasi so der stellvertretende Polizei-Dingsbums irgendwas ist, keine Ahnung In Bereitschaft Der Gizmo vom Dienst einfach Zu Diensten Unterwegs zum Revier Klingt er oder redet er so komisch wie ein Wie selber ein Verbrecher Setze Patrouille fort Also wie soll das formulieren Setze Patrouille fort Einfach nervig Ja Nehme das Fahrzeug Bereit Unterwegs zum Tatort Setze Patrouille fort Ja das wird dann schon gemacht Wieder mal um die Level kümmern Ja ist ja schon gut Belegschaft So In Bereitschaft Kling Drei Level krägt Nur weil du herumspaziert bist Respekt Versichtiger in Gewahrsam Einmal los Achso ne, war nur ein Level Zu Diensten Sophie du wirst zur Eindämmung hergenommen Zu Diensten Verdächtige Person wurde gemeldet Du wirst eine Sondereinheitsfritzen Verdächtige Person wurde gemeldet Naja muss eigentlich einer sein Muss denn der andere So Wie kann ich helfen Unterwegs zum Tatort Wie kann ich helfen Wie kann ich helfen Aber ich kann da hinten ganz Smart hinschicken Das geht einfach nicht Ähm Es geht schlicht und ergreifend nicht Gut Aber ich würde sagen Ne Irgendwas muss ich noch machen Irgendwas muss ich noch machen Irgendwas muss ich noch machen Verdächtige Person wurde gemeldet Im Stadtzentrum Polizei Hände hoch Ja das ist ja mal richtig Konfus Hm Der Fall ist abgeschlossen Da dann kannst du gleich auch weiterfahren Obwohl der wahrscheinlich schneller ist Also meistens ist noch immer dort zu tun Das heißt Team 1 Team 1 Auf dem Weg Team 1 Fort Streife Dann Fort Team 2 Nehme das Fahrzeug Auch Streife Polizei Hände hoch Auf dem Weg Bereit Bereit Da sind die ganzen Leute Verdächtiger in Handschellen Bereit Verstanden Fall gelöst In Bereitschaft In Bewegung Team 2 Ist da Hä Ja Nehme das Fahrzeug Bereit Bereit Zurück zum Hauptquartier Unterwegs zum Revier Verdächtige Person wurde gemeldet Im Vorstadtbereich So Ja Ihr fahrt mit dem Nehme das Fahrzeug Ja Auf dem Weg zum Startort Ja Auf dem Weg zum Startort Hier muss man langsam echtes Präsidium ausbauen So Da ist eh noch alles sehr relaxt Im Prinzip ein schönes Gebiet Muss man sagen Das mir gefällt Der Rundbezirk gefällt mir so Es sind richtig schöne Wohnhäuser Definitiv gut situierte Personen Epische Musik Hände hoch Verdächtige versuchen zu entkommen Verfall gelöst Das war jetzt nicht so aufwendig So das heißt In Bereitschaft Unterwegs zum Marier Hier kommt jetzt wieder zurück Bereits Wie kann ich helfen? Fahrt ihr beide die gleiche Route? Ich fahr beide die gleiche Route Kein Wunder wird das nichts Ja Und du fährst Runde Ja du fährst jeder So So Und schon geht es um einiges besser Wie kann ich helfen? Zurück zum Hauptquartier Und darfst du da oben herum spazieren Weil du wärst richtig gut als Polizist Du wärst auch richtig gut als Schaufensterfigur Aber als Polizist finde ich die gar nicht zu unpraktisch Verdächtige Person wurde gemeldet Im Vorstadtbereich Ich schießen Uh 6 gegen 6 Ist mir fast zu filigran Ja Auf dem Weg zum Tatort Wieder eine neue Route erstellen Ein Fußmarsch Randwanderung Und die geht In der 10th Street Los Hände hoch Verdächtige sind auf der Flucht Ziele ausgeschaltet Ziele ausgeschaltet Hä? Verdächtiger in Handschellen Fall gelöst Ich habe so keine Ahnung wie der da jetzt rummarschieren wird Aber auf jeden Fall ist der kung fuß So So Okay Auf jeden Fall eine Wanderung Ein Raubüberfall ist im Gange Im Vorstadtbereich Verdächtige sind bewaffnet Da haben wir in meinem Zimmer keinen Stress In Bereitschaft Wie können wir helfen? Zu Diensten Du gehst dort zu Fuß herum Randwanderung Viel Spaß Zu Diensten Nehme das Fahrzeug Bereit Verstanden Sind unterwegs Wie kann ich helfen? Verstanden Sind unterwegs Wie kann ich helfen? Unterwegs zum Revier Einmal so Und Ja okay Mach's ja die Runde In Bereitschaft Nehme das Fahrzeug Nehme das Fahrzeug Bereit Auf dem Weg zum Fahrzeug In Bereitschaft Und du gehst über deine So Und das läuft Und ich denke so werde es diesmal jetzt auch belassen Es ist zwar kurz vor Dienstschluss Aber Wir haben jetzt schon sehr stark überzogen Und entschuldige ich mich nochmal dafür Das werden jetzt doch mehrere Bards werden Aber wir sehen uns dann Wie die nächste Schicht beginnt Also Wesel Over & Out